Moin Jungs, da bin ich wieder, euer Zedio und ich habe ein neues Video für euch am Start und zwar eine weitere Folge von Modded oder Glitched Outfit. Um das Ganze jetzt nicht künstlich in die Länge zu ziehen, fange ich sofort damit an. Und was ihr dazu braucht, ist einer dieser Heist-Overrolls. Ich habe es ein paar Mal mit dem schwarzen Probiert, ich wäre fast gestorben, weil ich es einfach mit dem schwarzen Overall nicht hinbekommen habe. Deswegen habe ich mich jetzt mal für den gelben entschieden und den braucht ihr. Dann braucht ihr noch eine Yacht, es kann eure eigene sein, es kann die von einem Kumpel sein oder von einem Random. Danach begebt ihr euch zu der Yacht, zu dem Pool von der Yacht. Jetzt öffnet ihr euer Interaktionsmenü, geht mal auf Stil, Accessoires und geht es runter auf die Handschuhe. Danach läuft ihr in den Pool rein und drückt permanent X. Also ich habe es jetzt mit X probiert, manche sagen ein bisschen nach links drücken, manchmal nach rechts drücken. Also bei mir hat es nie geklappt, sondern nur wenn ich X gedrückt habe. Und wirklich permanent X drücken und in den Pool reinlaufen, wieder rauslaufen. Und beim rauslaufen seht ihr ja schon, dass das Outfit gebackt hat, also dass es so komisch rumspackt. Also wie gesagt, mit dem schwarzen Outfit habe ich es kein einziges Mal geschafft, mit dem gelben, wie ihr auch schon seht im Hintergrund beim allerersten Mal. Ich weiß es nicht, ob es an der Farbe liegt oder weil ich einfach Glück hatte. Wenn es nicht funktioniert, ihr müsst es wirklich ein paar Mal probieren, ist es ein bisschen abfuckt. Aber ja, dauert halt manchmal ein bisschen. So, das Outfit müsst ihr euch dann abspeichern. So, wenn ihr das Outfit dann abgespeichert habt, sucht ihr euch noch eine passende Maske, mit der ihr es machen wollt. Ich nehme jetzt einfach mal die Hexenmaske in gelb. Und danach könnt ihr es nochmal abspeichern oder ihr begebt euch direkt zu einem Fernrohr. Das könnt ihr in einem Apartment machen oder wie ich es euch jetzt gleich zeige, das ist die einfache Variante. Und zwar direkt am Strand, am Pier. So, wenn ihr jetzt also nun am Pier angekommen seid, ich zeige das jetzt gerade nochmal kurz auf der Karte, wo sich das befindet, für die Leute, die das nicht wissen. Müsst ihr einfach an so ein Fernrohr hingehen. So wie ich das mache, dann seht ihr links oben die Meldung. Und dann einfach nur über das Geländer springen und beim drüberspringen das D-Pad nach rechts drücken, also das Steuerkreuz nach rechts. Dann könnt ihr euer Interaktionsmenü öffnen und sucht euch da irgendeine Brille, einen Hut, einen Helm, keine Ahnung, auf was ihr halt Bock habt aus. Und dann müsst ihr einfach nur ein bisschen weglaufen und dann habt ihr eigentlich alles gleichzeitig. Also das nennt man halt Brille, Helm, Hut, Maske, alles gleichzeitig, Glitch. Ich denke mal die meisten, die wissen das ja schon. Jetzt ist es noch ganz wichtig, dass bevor ihr den nächsten Schritt macht, dass ihr dieses Outfit auf jeden Fall abspeichert. Genauso wie es jetzt ist. Und das könnt ihr mal Aparten machen, auf der Yacht oder in jedem Klamottenladen. Das spielt keine Rolle. Und wenn ihr es dann abgespeichert habt, dann begebt ihr euch an den Punkt, wo ich euch jetzt gerade auf der Karte zeige. So, genau hier müsst ihr hin, weil da ist ein Klamottenladen. Gegenüber ist der Stripclub, das macht es einen relativ einfach. Und wenn ihr dann in dem Klamottenladen drin seid, dann müsst ihr euch den Fliegeranzug kaufen. Welchen Fliegeranzug ihr da kauft, spielt gar keine Rolle. Wenn ihr den dann gekauft habt und angezogen habt, müsst ihr zu Fuß. Das ist ganz wichtig, dass ihr das zu Fuß macht und nicht in ein Auto einsteigt. Und dann müsst ihr rüber zum Stripclub laufen. Danach geht ihr in den Stripclub rein, wechselt euer gerade eben gespeichertes Outfit und läuft einfach nur wieder aus dem Stripclub raus. Und ihr seht, dass ihr schon den komischen Schlauch habt. Jetzt müsst ihr das Outfit eigentlich nur nochmal abspeichern und das war es eigentlich schon. Und schon ist das ganze Outfit fertig. Ich weiß nicht, ob es euch gefällt, ich finde es natürlich richtig geil. Ich hätte es euch gern mit dem schwarzen Anzug gezeigt, aber das ging bei mir nicht und deswegen habe ich mich jetzt für ein gelbes umentschieden. Ich hoffe natürlich, wie immer, dass es euch gefallen hat. Wenn es so ist, dann lasst mir doch ein Like da. Falls ihr neu auf meinem Kanal seid, könnt ihr mich natürlich auch abonnieren. Und ich würde mal sagen, ich wünsche euch noch ein schönes Restwochenende und wir sehen uns beim nächsten Video. Also Jungs, haut rein, macht's gut, ciao. Also Jungs, haut rein, macht's gut, ciao.